Diese XXL-Ratte sorgt in sozialen Netzwerken gerade für Gänsehaut. Und er will dabei gewesen sein, als das Riesentier am Pausenraum im Duisburger Hafen gefunden wurde. Rick Korbel. Am besagten Tag haben wir dann die Einbauküche ein bisschen zur Seite geschoben. Und die Ratte dementsprechend ein wenig herausgelockt. Da haben wir erstmal das Ausmaß des Tieres gesehen, also es war schon relativ groß. Und viele meiner Kollegen und ich auch sind dann erst aus dem Raum raus. Wir wollten uns dann ein bisschen in Sicherheit bringen. Und der Kollege hat dann quasi einen gezielten Schlag auf die Ratte gemacht oder ausgeübt. Und dadurch war sie dann ein wenig benommen und er hat ihr dann so gesehen den Rest gegeben. Rick Korbel schätzt, dass die Monsterratte ca. 30 cm lang gewesen ist und zwei Kilo auf die Waage gebracht hat. Wir waren halt froh, dass wir da aus der Situation so glücklich rausgekommen sind, weil das Tier wirkte schon arg bedrohlich in ihrer Größe auch. Und da haben wir uns dann schon in sichere Distanz gegeben. Die XXL-Ratte aus Duisburg ist wohl das größte Exemplar, das in Deutschland bisher gefunden wurde.